Einem wunderprächtigen und herzlich willkommen zu Susi 3 der Aerosoft Edition auf Köln-Düsseldorf heute mit dem IC 2014 von Stuttgart Hauptbahnhof nach Emden Hauptbahnhof über Mannheim, Koblenz, Bonn, Köln, Düsseldorf, Münster, Westfalen und schließlich Emden. Die ganze Strecke verläuft ungefähr sieben Stunden, knapp siebeneinhalb Stunden. Wir haben natürlich nur Köln-Düsseldorf hier zur Auswahl gefahren mit dem Triebfahrzeug oder halt mit der Baureihe oder mit dem Steuerwagen 296-3. Hinten dran mit einer BR-101. Die ganze Fahrt dauert ungefähr eine halbe Stunde. Abfahrt ist um 15.43 Uhr. Das kommt sogar, ja, Tatsache, das haut hin. Ich habe jetzt hier gerade nochmal nachgeguckt. Der Zug fährt tatsächlich von Köln-Hauptbahnhof um 15.43 Uhr bis 15.46 Uhr. Das ist gut. Unsere Abfahrt ist auch um 15.46 Uhr. Wir müssen das mal ein bisschen befleunigen hier, denn Zuzi ist immer so, ja, ein bisschen weiter weg. Hui, okay. Da sind wir im Steuerwagen. Und anscheinend gibt es ein Problem mit dem Zugfunk und mit dem Ebola. Ah, das ist dann nicht so gut. Ich glaube, das, was die Konsole angezeigt hat, da gab es einen Fehler im Kommando mit dem Buchparkplan und hast du nie gesehen? Ja, scheiße. Aber, da ist er. Unser Steuerwagen mit dem ICE 2 hinten und hier einer Baureihe 448. Oh, es geht los. Müssen wir uns ein bisschen vorbereiten. Spielvorgang eingeleitet. Ja, sehr gut. So, Abfahrt ist hier mit 30 Stundenkilometer. Ich glaube, das wird für mich hier auch eine neue Erfahrung, da ich mit dem Steuerwagen noch nie gefahren bin. In irgendeinem Simulator. Ah, frei war, glaube ich. Nee. Ah. Das war Befehl 40, das war frei, das war wachsam. Okay. So, dann muss ich mal gucken. 50, 40. 0, 10. Da muss die 30 sein. Ich kann mich extra dafür entschieden, dass wir wieder hier Köln-Düsseldorf fahren, weil ich unbedingt auch mal den Steuerwagen fahren wollte. Ich habe mir mal auch ein Fahrschulvideo angesehen und da hieß es wohl, dass der Steuerwagen auch eine bestimmte Funktion hat, dass er ein bisschen ausrollen kann, wenn man dann auf irgendeine Z-Stellung oder so schaltet. Das ist irgendwie so ein bisschen kompliziert, so wie jetzt hier. Jetzt sind wir gerade auf 35 kmh. Ah, das war jetzt nicht so gut. Aber wenn wir jetzt auf 35 kmh bleiben, ist das auch nicht mehr so die schlimme Welt. Immer 5 kmh Toleranz haben wir ja. Dann ist es ja kein Problem. Da hinten kommt eine 425 entgegen. Wenn es mich recht besinnt, eine 425 oder 23. Ich denke mal eher, das ist die 23. Da hinten steht eine Hamsterbacke, eine 442 und wir dürfen ab Köln-Messe-Deutz Kilometer 07 60 fahren. Dann ist es, muss ich mal gucken, hier sind keine Hektografenen. Köln-Messe-Deutz liegt aber hier auf 07. Achso, da ist ein Vorsignal. Und dann kommt Köln-Messe-Deutz auf 1,2. Ne, ja doch, 1,2. Man soll wohl auch nicht so hoch schalten mit dem Steuerwagen, denn sonst gibt es von der Lok hinten ganz schönen heftigen Ruck. Und das ist ja nicht so gut. Wieso habe ich mir das da queren lassen? Ich muss mal kurz runterschalten. Ja, das ist ein bisschen Gewöhnungssache mit dem Teil hier. Aber, ich denke mal, so langsam komme ich rein. Also so einen ganz kleinen Schwupps. Jetzt dürfen wir 90 fahren, okay. Der Zug hat eine ungefähre Länge von, wenn wir mal gucken, 200 Meter. Und wir dürfen auch nur hoch 200 kmh fahren. Ja, 204 Meter und 200 kmh. Mehr ist nicht drin. Warum es einen Fehler gab, dass der Buchfahrplan nicht geladen werden konnte, das muss ich noch herausfinden. Da gab es einen Fehler im Kommando. Oh, ansonsten wünsche ich uns allen eine angenehme Fahrt ohne komischen Vorkommnisse. Moin, Kollege. Oh, siehst du, da gibt aber ganz schön Stoff, der Steuerwagen. Also ist doch schon eine ganz schöne Herausforderung hier. Mal gucken, wie ich mich anstelle hier mit dem Teil. Oh, man braucht nur einmal die Bremse anziehen und dann zieht er sich von alleine runter. Oh, das liegt an der Steigerung, keine Ahnung. Jetzt sind wir hier bei Kilometer 24. Mal kurz gucken. Es müsste gleich Köln-Mülheim kommen. 2,6. Ja, 2,6. Ich muss jetzt mal hier reinkommen. Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Zack. Ah, boop, boop, boop. 3B. 3,3.0. 3,2. Ah, ja. Müssten wir ja bald auch mit LCB gesteuert werden. Ich denke mal, das dauert noch eine Weile. Tja. Oh, oh, jetzt verlieren wir aber ein bisschen an Geschwindigkeit hier. Jetzt fahren wir 60, oder? Nee, 70. Köln-Mülheim, okay, jetzt sind wir da. Kilometer, nee, das ist das Falsche, da ist Kilometer 0. Boah, das mit dem Steuerwagen ist aber wirklich... Moin, Kollege. Uh, oh, oh. Ja, ist gar nicht mal so einfach hier mit dem Teil. Düsseldorf, das ist gut. Ah, moin, Kollege. 4103. Oh, ist aber ganz schön kurz, der Kollege. Ah, 90. Warte, ja. Das müssen wir sowieso mal gucken, dass wir ab und zu mal bremsen. Nee, da gehst du wohl ein bisschen runter, wa? Ich fiesse das nicht. Ah, da steht ne... Na? Ah, da steht ne 401er. Ja, Mensch. Und schon wieder 80. Okay. Das ist ja auch irgendwie komisch. 90, 80, 90. Hä? Modelmaße oder wat? Ah, das find ich cool. 5, 6. Das ist nur doch schuld. Ach so. Abzweig Berliner Straße. Okay. Ja, gut. Da hinten steht's auch. Ja, so langsam komm ich wieder rein. Aber dieser Steuerwagen ist doch schon ein bisschen... Bisschen tough. Ich glaube, den Abzweig, den kennen wir ja schon wie Sand am Meer. Oder wie auch immer. Wie unsere Westen-Tasche, wie man dazu sagt. Denn hier sind wir auch bestimmt schon ganz oft vorbeigefahren. Sei es jetzt mit einem Rejo, mit einem ICE. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ah, jetzt kommt die 130er-Stelle. Jetzt können wir ja mal ein bisschen aufpushen. 7, 3, okay. Keine Ahnung, was das bedeutet, obwohl... Boah. Okay. Ich kann mich ganz kurz erschrocken. Ich habe mir so, was ist denn jetzt hier? Und zwar soll es auch so wohl sein, dass die LCB einen schnelleren Zug erst dann erkennt, wenn man richtig beschleunigt. Also man soll richtig, richtig rauf auf die Olga. Und dann erkennt die LCB, dass man ein Zug mit höherer Priorität ist. Soll ich das mir sagen lassen. Das heißt, wir können hier mal richtig schön voll Stoff geben. Jetzt wurden wir richtig erkannt. Und das war keine 160-Stunden-Kilometer-Begrenzung haben, wie es da stand, sondern wir dürfen dank der liniengeführten Zugbeeinflussung 200 stimmenden Kilometer fahren. Wir könnten natürlich ein bisschen mehr, aber dieser Zug ist nur auf 200 begrenzt. Einmal wegen den Waggons und einmal wegen dem Triebkopf hier, wegen dem Steuerwagen. Die 101, die kann ja sogar mehr fahren, als nur 200. Das habe ich vor allem bei Transport Fever 2 sehr gut gesehen. Oder auch bei dieser Mod für Trains im World 2 wurde die Lokomotiven sporen lassen, konnte es und alle teile ich mal die Grenzen der 101 mal ausgetestet. Und da kam ich erstaunlicherweise auf 260 Stundenkilometer. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber 260 war es schon nicht ohne. Moin Kollege. Wo ich auch in Köln war dieses Jahr, bin ich ja auch mit dem Rhein-Ruhr-Express gefahren. Und es war ganz schön cool. Vorsicht an der Kante. Ja, wie schnell der Zug kommt durch. So langsam habe ich mich hier dran gewöhnt. Ach, guck mal, da kommt ein Kollege entgegen. Moin. Tö. So sieht unser Zug natürlich auch aus. Nur, dass wir mit dem Triebkopf hier mit dem Steuerwagen vorne wegfahren. Was ich auch ganz cool finde. Wenn wir aus Düsseldorf nach Köln fahren würden, so wie unser Atze hier gegenüber, dann würden wir natürlich auch mit der 101 fahren. Mit dem Sandwich. Ist ja aber gerade nicht so. So. Wir sind gerade bei 14,4. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen den Fahrplan weiter runterscrollen. Denn ein Glück habe ich hier auf meiner linken Seite. Das sieht man nicht. Habe ich ja trotzdem noch einen Fahrplan. Dann hier so einen elektronischen Buchfahrplan. Na ja, gut. Elektronisch kann man jetzt nicht sagen. Das wäre der Kollege hier unten. Aber ich muss ja mich auch ein bisschen orientieren. Wenn das hier nicht funktionieren möchte. Moin. Der 422. Dann muss ich ja irgendwie meine Informationen kriegen. Wo ich jetzt gerade bin. Wie schnell ich fahren darf. Und wie ich dort hier sehe, fahren wir 195 konstant. Das ist in Ordnung. So kann es bleiben. Wir fahren auch ohne AFB. Hier heißt es noch richtig schön selber fahren. Und das ist gar nicht mal so verkehrt. AFB ist auch hammergeil. Wie LCB. Aber selber fahren ist auch schon geil. So. Was haben wir hier? 8.4. Ja, wir sind noch gut mit dabei. Die LCB-Tafel, die kam da gerade. 18.8. Ja, ich muss mal ein bisschen runterscrollen. Und der nächste Bahnhof, den wir passieren, ist Langenfeld. Oh, was ich auch sagen muss. Ich freue mich sehr auf die Strecke Bremen-Oldenburg. Die am Morgen rauskommt für Transport. Moin Kollege. Für TrainSymbol 3. Wird natürlich direkt gegönnt. Schön mit einer 110.3. Und N-Wagen. Ja. Mit einem Kreisrohr-Steuerkopf. Geil. Geil. Die Strecke ist ein bisschen kurz. Mit 44,4 Kilometer. Ich denke mal so, geh mal da um mein Fensterkreuz, dass dann bei TrainSymbol 3 so ein bis fünf Kilometer vielleicht plus minus da sind. Also die Strecke an sich ist 44,4 Kilometer lang. Ist mitunter einer der ältesten gegründet oder erbaut im Jahre. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Moin Kollege. 1869. 77. Ich glaube 1869. Also schon mitunter eine der ältesten Strecken in Deutschland. Und hier, da. Ah ne, ist eine 420, wa? Ja. Äh. War gestiegen geblieben. Ich hab mal so 400, äh, eine Güte. 44,4 Kilometer lang. Und bei TrainSymbol ist es ja auch so, dass da meistens so ein paar, 100 Meter, paar Kilometer mehr sind. Wegen, äh, Betriebshof oder Bahnwerk oder so. Ja. Muss man mal gucken. 35,99 ist schon, kann man sich, äh, drum streiten. Im Grunde genommen ist es eine neue Strecke. Eine relativ kurze Strecke. Es gibt neues Rollmaterial, aber auch altes. Die 400, muss man kurz überlegen, die 423 oder 25 ist vertreten. In der Lackierung von, äh, der S-Bahn Niedersachsen. Oder von Region. Oh. Oder vom, äh, Regionalverkehr Niedersachsen irgendwie so. Und, dann gibt's ja noch die 155. Die wird in der Presslackierung kommen. Das sind alles bekannte Züge. Das einzig neue ist halt die Strecke. Ja, und teilt die 110.3, sowie die N-Wang mit dem Karlsruher Steuerkopf. Und das war's. Es gibt dann eine ganz bekannte Brücke, die animiert sein soll. So eine Hebebrücke. Ja, mal gucken. Also, holen werde ich das mir natürlich. Auch wenn der Preis, ja, schon ein bisschen Aua ist. Aber mal gucken. Vielleicht, äh, kommt noch ein kleiner Abschnitt mit dazu. So wie bei, äh, Dresden-Riesa, wo dann Kleip, äh, Leipzig. Äh, wo Leip, ähm, na. Meißen-Triebetsch-Tal mit dazu kam. Na. Ich kann ja auch später. Leicht erwartet uns ja was. Jupp. Ich bremse ja sowieso schon ab. 160. Das Gute ist ja, ich bremse ja noch nicht mal. Ich hab ja nur den Steuerknüppel, äh, auf der Z-Stellung. Ja, ja, die Z-Stellung, so wartet. Aber jetzt muss ich... Jetzt muss ich abbremsen. Ja. Der meckert aber ganz schön hier. Wir sind jetzt bei 34. Oh, wir sind doch schon fast am Ende. Juhu. Ja, das war schon. Wir sind fast am Ende. Tö. Oh. Achso, jetzt habe ich auf wachsam quittiert, obwohl wir noch mit LCB fahren. Huch. Boah. Geht ja ganz schön ab hier. Aber wir sind ja schon da. Das ging jetzt doch ein bisschen flott. Ich glaube, wir sind drei Minuten zu früh, wenn ich es jetzt hier richtig sehe. Ja. Wir sind jetzt dabei, Düsseldorf einzufahren mit ja, fast vier Minuten Verfrühung. Jetzt. Hat er erst nicht angenommen. Deswegen habe ich auch letztens die Zwangsbremsung bekommen. Ja, wir sind vier Minuten zu früh. Äh, ja. Ja, gut. Kann man mal so machen. Muss man aber nicht. Welcher Siegner ist denn jetzt meins? Ist das da vorne? Oh. Ups. Ups. Ah, das kann doch nicht sein. Das ist doch viel zu nah dran, oder? Ne, Tatsache. Das wäre meins gewesen. Ah, das ist doch komisch. Ja, gut. Äh, scheiße. Ist aber auch doof gemacht. Hier ist ein Signal. Und da kommt schon das nächste. Also, ja, eigentlich aufgepasst. Scheiße. Ah, guck mal. Da ist ein Kollege. Das wird natürlich bestimmt auch in die Bewertung gleich einfließen. Kacke. Ja, das ging doch ein bisschen schneller als gedacht. Am Ende der Fahrt. Am Ende gab es auch noch Zwangsbremsung. Scheiße. Dabei bin ich doch so gut gefahren. Ah, kacke. Eigene Blödheit kann man dazu sagen. Ja, ähm, mal gucken. Vielleicht sehen wir ja die Bewertung äh, gemeinsam. Ich kann das ja mal ein bisschen vorspulen hier. Achso, ups, oder? Oder? Achso, ups. Ich habe die falsche Seite aufgemacht. Oder? Doch, ja. Hm. Aber worum geht es denn hier nicht weiter? Ah. Komm, neuer Kollege. Oh, Parallelausfahrt. Schön. Warum geht es denn jetzt hier nicht weiter? Bestimmt, weil ich rübergefahren bin, wa? Oder? Ist ja auch keine Hektotafel. Aber ich denke mal, hier war immer Schluss gewesen. Oder? Man kann sich ja hier so nicht so ganz bewegen. Das ist ja die Kacke. Hm. Mir wird auch angezeigt, dass ich noch Fahrgäste reinlasse. Aber ich bin noch schon hier fast 20 Minuten auf dem Bock. Hier auf dem Bahnhof. Ah, der IC fährt, da fährt die 420, die wir eingeholt haben. Schick, ne. Ja, es wird einfach nicht grün. Ich denke mal, hier sitze ich fest jetzt. Ach, der Gegenzug ist auch schon da. Hm. Ja, äh, scheiße. Was wird denn das jetzt hier? Okay. Ja, schade. Also, keine Auswertung. Gut. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja, für die Interesse. Und ich hoffe, dass wir uns dann doch ein bisschen erhören wieder. Ne, dass dann wieder regelmäßig Uploads kommen. Ist halt ein bisschen schwierig mit der Arbeit. Jetzt bin ich auch noch ein bisschen angeschlagen. Das hört man bestimmt auch. Ich gebe mein Bestes. Ries Athen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020